Ich bin der Alexander Köhl, Verantwortlicher für den Actionbike in der Zillertal Arena. Mit dem Landing Airbag wollten wir eine Anlage schaffen, wo wir von groß bis klein jedem die Möglichkeit geben können zu springen. Wir haben für diese Anlage ein Dreier-Set erstellt. Auf der kleinen Schanze können Kinder bis Anfänger ihre Trainingssprünge machen. Wenn sie sich reif fühlen, können sie an die mittlere Schanze gehen. Für die große Schanze, da sollten sie eigentlich schon fit sein für die Sprünge in den Riesenairbag. Mit großen Werbeflächen an diesem Luftkissen mit unserem Partner Prinod ist es uns gelungen, Prinod Snow Groomers dafür zu gewinnen, auch da dabei zu sein, in einem einzigartigen Erlebnis in der Zillertal Arena. Neuen Schatz Und Marian Auf Untertitelung des ZDF, 2020